Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play, eure Custom Level heute, eins mit, ja nicht mit, sondern von TTV, ja, sagen wir mal, überlebe, versuche ich. Alter. Oh mein Gott. Okay. Nein, okay. No, no, no. Wir zielen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe keine Minute für das Level gebraucht. Es war sehr kurz, ohne Idee, habe ich das Gefühl. Da hat man einfach ein paar viele Goopas, viele Goombas hingeklatscht und dann noch ein paar Hammerbrüder. Dann war vorbei. Naja, das Level ist nicht so toll. Eine Wertung von, keine Ahnung, 40% oder 30%. Ja, trotzdem danke. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.